Leute und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Heute machen wir die Übergabe des 800 Star Abo Specials aus der Verlosung und wir übergeben da jetzt gleich mehr oder weniger gemeinsam die ganzen Items, die ich dort angekündigt hatte. Wir fangen erstmal mit den Eiern an und dann werde ich meinen Account switchen, da ich den auf einem anderen Account habe. Ja und dann kommen die ganzen anderen Ressourcen und damit dann auch nochmal herzlichen Glückwunsch und viel Spaß damit. Ich weiß, den hast du damit. Und ja, es gab natürlich wie immer noch einiges an Bonus mit drauf, aber das, ja, Tellerstand der Dinge, alles übergeben und wir können dann auch gleich mit der nächsten Abo Verlosung starten und zwar rückwirkend auf 250 Abos und das Ding kloppe ich mal gleich irgendwie hinterher. Machen wir diesmal ein bisschen anders als beim letzten Mal, gerade auch weil jetzt bei der Verlosung zweimal die Übergabe nicht geklappt hat. Das ist halt, wenn man dabei ist und dann eine Woche nicht einloggt oder sowas, dann die Nachricht natürlich nicht mitbekommt, dann ein bisschen schwierig. Aufgrund dessen werde ich mir jetzt nochmal ein bisschen was anderes einfallen lassen und ja, bin gespannt, wie es läuft. Leute, viel Spaß und lasst gerne einen Kommentar da, gerne ein Abo, gerne ein Like. Ich würde mich drüber freuen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Okay, da kommen wir nochmal gleich drauf zu. Ähm, was ist denn das hier für ein Planet? Warum werde ich hier angegriffen? Äh, du, komm mal hier mit hin, komm mal mit zu mir. Hier, ab ins Haus. Ist das ein feindsinniger, äh, äh, Planet? Also das ist so ein bisschen... Nee, du bist wahrscheinlich auf irgendein Tier gelandet und so. Okay. Dann greifen die Wächter natürlich da gerne. So, warte mal auf, dann gebe ich dir als erstes mal die Eier rüber. Ähm, starten wir mal durch. Ja, ich habe jetzt selber hier, ähm, nur drei, vier Plätze frei. Der Rest geht auch auf dem Schiff, glaube ich, ne? Wenn du da noch dran bist, wir sollten auch nicht was. Nee, Schiff ist, äh, zu weit weg gerade. Die nächsten Dinger? Okay, dann... Nee, nee, das geht nicht. Ein Schiff ist nicht in Reichweite. Wieso das denn? Das ist gerade nicht umgepackt. Doch, doch, ich habe umgepackt, nur ich musste schnell landen. Nein, umgepackt, nicht umgepackt. Ach so, umgepackt, ähm, ähm, ja, warte, 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 warte. Ach so, ich dachte, der muss einfach nur in etwas mehr Reichweite sein. Ja, ich dachte, du hättest jetzt gerade noch ein paar Dinger, äh, gleich bei dir ins Raumschiff eingesteckt. Du brauchst aktuell gerade noch drei Plätze. Drei Pfeile. Ich bin mit meiner Expedition-Kram viel weiter und alles drum und dran als hier mit meinem Hauptaccount. Das, äh, ich hätte das gerne andersrum gehabt, ne? Ja, glaube ich. So fünf Stück habe ich. Warte, ich komme zurück. So, genau. So. Okay. Package. Liebe Gleiter, er, hast du? Ja, dann würde ich sagen, ich fange mal an und schieb dir mal was rüber, ne? Ich habe jetzt noch nichts reingetan, ne? Dann mach mal ein bisschen Platz bei dir. Mach mal alles rein. Ich glaube, wenn es da mal so einen Knopf für geben würde, wo man alles reinknallen kann mit. Ne, du kannst es ja schnell übertragen. Echt? Warte, oder? Äh. Ich glaube, es ist Dreieck, der oberste, ne? Oder? Was war das? Ja, einfach drauf drauf drauf. Genau, und dann suchst du die einfach, äh, ne? Genau, ja. Kannst direkt drüber schieben. Ja. Jetzt ist, also alles von meinem Dings, 26 Plätze frei. Ja. 26 hast du frei, ha, das ist nicht viel. Okay. Also, ähm, bei mir im Weg zu Anzug. Warte? Ich fange mal einfach an. Warte auf. Okay. Ich schieb dir erstmal einfach so die ersten Sachen mal so rüber. Ja. Okay, das... Du hast gar keinen Platz frei. Jetzt? Na, bisher habe ich gerade alles zurückbekommen? Warte. Ah, jetzt. Okay. Jetzt. Sag, wenn du voll bist, guck da auf dein Inventar. Ja. Hier ist noch mal. ich glaube jetzt bin ich voll ja ok dann pack das erstmal rüber und bunker schon mal ein ok hab ich fertig gut dann kommt der nächste schwung das ist wahr dass es so einfach geht was ist dieses ohmsche Gel das kannst du verkaufen ist eine super handelsware das bringt ordentlich schotter also das kann man also das ist nur fürs verkaufen gut sozusagen genauso wie die Dinger die ich dir jetzt rüber schicke hier die Krio pumpen ne die bringen pro Stack 15 Millionen 15 Millionen ja sag Bescheid wenn du voll bist letzte jetzt also reines Ferrit ist jetzt das letzte ok dann bringen wir erstmal rüber ja 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 So, genau Können wir weiter? Jetzt können wir weitermachen, genau Ah, okay Dann kommen die letzten 10 So, und das lebende Ei Das leere Ei Zack Das leere Ei Ich habe keine Ahnung, wozu das ist Aber das Das ist das Ei, mit dem du Einst lebenden Schiff hier bekommst So, ja, da haben wir die ganze Übergabe schon Erledigt gehabt, natürlich gab es Noch viele, viele Sachen An Bonus mit drauf Da bin ich ja immer noch ein bisschen mit bei Ja, von daher Ich würde sagen, wir starten Mehr oder weniger Ja, äh, im Anschluss Die 850er Abo-Special Verlosung Ähm, da war er ja auch Ganz schön fleißig mit bei Auch vielen, 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 vielen Lieben Dank für die letzten Abos Ihr seid wirklich einsame Spitze Absolut genial Und, ja Die Übergabe hat geklappt Die ist vollzogen Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim Nächsten Mal wieder mit dabei seid Lasst gerne einen Daumen nach oben da Einen Kommentaren, ein Abo Ich würde mich drüber freuen Leute, macht's gut Bleibt gesund Bis dahin Und Ciao Wer hat an der Uhr gedreht Ist es wirklich schon so spät Stimmt es Dass es sein muss Ist für heute wirklich Schluss Heute ist nicht alle Tage Ich komm wieder, keine Frage Theo Gäste Ich empfeste Krieg Mal ю